Und festhängt, ist voll rangeballert an die Scheibe. Das sind Kaninchen! Wie geil ist das denn? One Mile Sprower fragt Pete's Meat. Was kippt ihr zuerst rein? Müsli oder Milch? Also ganz ehrlich, ja? Wer zuerst die Milch in die Schale kämpft und dann das Müsli. Das ist ja unmenschlich, ja unmenschlich. Ja, du musst auf jeden Fall erst das Müsli in die Schale und dann die Milch. Alles andere verstehe ich. Immer zuerst das Müsli. Ich weiß ja vorher nicht, wie viel Milch ich brauche. Also immer erst Müsli. Wer macht denn zuerst Milch rein? Naja, erst die Milch. Und alles andere ist einfach nur untermenschlich. Jawoll! Ich bin vorstelle in meiner Herkunft. Der ist mein ältesten Verwandten. Moment, mein ältest lebenden Verwandten würde mein Vater sein. Moment, wobei der Verwandte... Ich habe doch irgendwelche Verwandten tatsächlich einmal in... Mein Gott, wie er einfach weiterredet. Du hast welche in Kanada? Ja, ich habe welche tatsächlich in Kanada, aber ich habe die noch nie gesehen. Die wollten so weit wie möglich von Jack. Irgendeine Großtante von meiner Oma oder sowas. Die wäre mir einfach in China gewesen. So ein Senklo. Und irgendwas irgendwo, ich glaube in Afghanistan oder irgendwas. Glaube ich dir. Jack's Family ist ganz groß im Mondpflückergeschäft. Ja, daher kommt das Gehen, dass Jay die Welt brennen sehen will. Oh, du fett! Oh, Beth!